Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shadow Hearts from the New World. Wir befinden uns in der neuen Welt, denn der junge Mann hier vorne hat einen Thunfisch in der Hand. Und wir haben in der letzten Folge den Professor Lovecraft kennengelernt, der uns wie die Sarah von Salomon immer wieder gegen Dinge kämpfen lässt. Und diese Dinge können wir natürlich auch fotografieren. Oh, Mieze, du warst aber nicht so krass. Mist, die kennen wir alle schon. Wo haben wir die denn gesehen? Tatsächlich erinnere ich mich aber an die. Haben wir die denn gesehen? Da war klar, dass das nichts wird. Die Musik hört extrem laut, oder? Also meine Kopfhörer machen bald eine Arsch hoch. Die Tränen ziehen mir richtig auf. Das könnte nicht alles sein. Äääääääh... Bääh... Ja. Attack! Zeig uns was du kannst, Mr. Meats. Ach ja. Hm, Kopfhörer ist Ende. Es ist immer noch nichts. Ah, jetzt kommen also die Feature, die wir in der letzten Folge gesucht haben. Boah, was ist denn da los? Wuuuh! Schade. So, fett, tough, tough, äh, warte mal, Defend, Protect, so. Die kennen wir beide noch nicht. Ach, die haben wir doch in Chicago kennengelernt. Stimmt. Oh, okay, look over here, smile and say cheese. Okay, look over here, smile and say cheese. Hey, hey. Wir müssen das jetzt noch ein bisschen durchschalten. So, Frank und Jaumer hier. Snappy, toughy. Okay, look over here, smile and say cheese. Ach nee! Doch, die waren in Chicago in diesem Hotel-Dings, oder? So, eine Runde müssen wir dann noch, gell? Und dann können wir weitermachen. So, du wirst jetzt noch den Fett-Tuff. Einmal müsst ihr euch noch... Oh nee, warte mal. Der andere ist verwirrt. Nee, du musst ihm was zu essen geben. Äh, nee, ein Item. Hä? Ach, ich hab nur Sechser. So, jetzt macht er den Snap und den Tuff. Okay, look over here. Smile and say cheese. Jetzt kommen wir zu besiegen. Ach, das war's schon. Oh, es ist tatsächlich passiert. Sie in einem Kampf zu sehen, ist wirklich sehr aufregend. Oh, das ist richtig. Hier ist dein Preis. Starbrood. Ah, du bist gekommen. Ah. Four or less. None. Win with enemy number of turns at null. Okay. Sie dürfen uns also nicht angreifen. Ah, da verstehe ich das gerade richtig. Die Pinke Bett. Die beste. Äh. Die Karte. Start Problems. Of turns at null. Win with enemy number of turns at null. Die Karte. Die Karte touch. Die Karte touch das. Okay, ich geb nur mal Krill. Gut. Gut, haben wir schon. Okay, also das stimmt sogar. Lass ich mir jetzt so... Gut, kennen wir schon, Prison Guard. Könnte sein, dass wir dann irgendwann mit den Kombos anfangen müssen. Ja, das ist jetzt halt du von dir. Na gut, danach ist ja der andere Dron. Was ist eigentlich so... Die kennen wir alle schon? Oh nein! mit Bones Scheiße Das wird nix Das schafft er nicht Oh kacke Das schafft er nicht 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 Red Nova Das ist ja super Das ist ja super Er ist rübergelaufen hier Das schafft er nicht 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 Oh ja, look over here Smile and say cheese Das schafft er nicht Das schafft er nicht Das war's für heute. Voll ist das gerade Ding. Okay, du schaffst das jetzt. Was war das denn? Sie sahen das komisch aus. Ah, trial complete. Oh, ja, so viel gut. So viel gut. Holy Edge. Dark Edge. Okay. So. Äh, 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 wir haben Hit Area. Oh, T, oh, T, okay. Hit Area. Ach so. Oh, hier bei ihr. Strike, expand. War wenigstens ein bisschen eine Chance. Mau. Nee, die gehen eigentlich. Hier bei ihm. Okay. Ähm, hier. Zwei Stück haben wir noch. So, hätten wir das. Äh, die Stellar Charts. Da können wir nichts mehr reinmachen. Entrance ist da drin. Search, Shield. Okay. Oh, da oben haben wir was frei. Können wir nichts machen. Da haben wir nichts. Oh, hier. Wem ist das denn? Hail Dust. Red Nova. Earth. Rock Bump. So. Da haben wir irgendwas mit Rock. Nee, gell. Nee. Uli. Arc. Hier haben wir auch schon drin. Egal, kommt zweimal rein. Hier haben wir nix. Piscous. Oh, hier geht's auch voll ab. Red Nova. Oh. Gale. So. Hätten wir das gemacht. Keine Ahnung, was ich gerade getan habe. Aber wir haben's gemacht. Wir gehen jetzt mal schnell speichern, bevor wir hier bei ihm weitermachen. Okay. Okay. Und wir benutzen mal ein Zelt. Sagen wir mal hier auf dem Campus unser Zelt aufschlagen. Bringt das was? Nee, irgendwie nicht. So, und damit würde ich sagen, bevor wir jetzt in den nächsten Pit Fight hineingehen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.